moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen projekt wir spielen heute das modpack botanjas quest ist ein ziemlich kleines modpack was wird sicher spaß machen sind auch nur so 28 wir bauen jetzt machen wir bauen aber unseren ersten baum ab damit wir wissen heute haben wir sind hier direkt im pfichtenwald gespawnt ja was heißt direkt wir sind hier gespawnt einmal ein schwert spitzhacker und ich glaube nax kriegen wir auch noch ein ich würde sagen wir machen uns gleich voll equipped also außer halt jetzt sense ich glaube dann meinen wir erst mal ein bisschen entweder ich suche eine höhle ich glaube ich doch mal mehr in der höhle ich nehme eine pflanze mit weil die ist soweit ich weiß aus botanien die auch haben wir haves kraft drauf aber nicht haben safe also wir haben auch schüsseln pits drauf da versuche ich ein bisschen ordentliches haus zu machen ich hoffe ich hoffe es ist jetzt kein auto der auto dann muss natürlich ausgeschaltet werden ich werde dieses dieses hier wäre es das projekt vielleicht auch mal auf twitch oder auf youtube stream wenn sich da die zeit dazu ergibt also ihr könnt das bei kurs ford download botanjas quest könnt ihr dann da eingeben dann müsstet ihr das finden aber ich glaube ihr braucht twitch um das dann zu downloaden darüber ich würde sagen wir brauchen gleich immer ein bisschen stein ab damit wir unseren er unsere ersten steinwerkzeuge machen kann ich hoffe es leckt nicht zu sehr bei mir leckt eigentlich gar nicht ich hoffe bei euch auch nicht da geht noch ein bisschen stein wir machen uns einen direkt steinwerkzeuge hier machen wir nochmals sticks erst mal steinspitzacke dann steinschwert und noch stein axt und ich glaube wir machen auch gleich mal nicht steinschaufel einfach nur damit wir jetzt full equip damit sind so was steht denn die erze können wir erst mal weiter hier mit abbauen ich habe auch die zweite hand kann ich mir dann direkt meine fackel machen oder zwei ich war gerade irgendwie dumm ich wusste gar nicht wie man fackeln baut und jetzt haben wir unser erstes rezept entdeckt hier kann man tiny coal machen sicherlich so irgendwie so kohlbrocken so ich würde hier vielleicht eigentlich ganz gerne bleiben in diesem biome ist mal ein bisschen geschützt vor den bäumen aber irgendwie wartet dann muss ich noch mal kurz was testen ich gehe mal kurz rein ich glaube dann muss ich dynamic lights anmachen oder wie das auch immer heißt weil irgendwie nein weil ich sehe mit der zweiten hand mit der fackel nichts ich würde aber sehen wenn ich die hier in der hand habe mir auch nicht aber da geht es dann ja komisch ich muss das irgendwie mal anstellen das muss ja beim video settings gehen und dann müssen wir halt fackeln platzieren wenn wir nichts mehr sehen hier können wir gleich noch ein bisschen kohle abbauen das machen können wir aber mit noch mit der holzspitzacke machen bis die kaputt geht ich glaube die roten sachen sind monster glaube ich eisen finden wir glaube ich habe so eine höhe noch nicht ich weiß gar nicht 62 näher findet man locker noch kein eisen schätze ich mal bin jetzt auch nicht so der experte aber ich glaube da müsste man wenn dann noch ein bisschen tiefer gehen hier gibt es ganz schön viel kohle also da werden wir auf jeden fall ordentlich fackeln haben vielleicht kann man noch ja feier charges smokey quarts das von botania lenz ja also da wird es auf jeden fall ordentlich was geben was wir uns aus kohle machen können so die spitzsacke hält aber auch nicht mehr die spitzsacke hält nicht mehr lange durch dann gehen wir glaube ich erstmal nach oben gleich und fällen noch ein bisschen bäume ja da ist die spitzsacke kaputt gegangen dann nehmen wir einfach gleich die stein spitzsacke ja hier geht es nicht weiter so hierfür lohnt sich doch eine schaufel ich könnte mir ganz gut vorstellen dass wir hier auf dieser fläche hier waren ich glaube das machen wir auch ich brauche noch ich brauche erstmal hier die bäume hier ab so damit sich das hier auch noch ein bisschen mehr lichtet wir müssen dann auch noch ein bisschen terraformen das war alles nach seiner zeit bohne kann man die essen ist gerade über ja das ist auch normal das finde ich gut ja hier zu bauen wäre doch eigentlich ganz schön hier auf dieser freien fläche hier werde ich auf jeden fall bauen ich baue mir gleich einfach erstmal so ein starthäuschen damit wir einfach was haben also das wird wird aber nicht bleiben das müsste glaube ich jetzt reichen mit der höhe ja ich werde mir aus holz einfach hier so ein kleines häuschen bauen hier hier gemeldet hier 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 das ist asynchron das müssen wir kurz noch mal ändern weil da der baumweg ist den wir eigentlich abbauen können jetzt gefällt die nacht bricht jetzt auch an ich glaube dann beende ich jetzt sofort meine folge nicht sofort die ersten monster ich glaube das soll es jetzt erstmal ja noch nicht gewesen sein dann habe ich mich gerade erschrocken danke dafür hier drin warten wir mal die nacht ab aber den rest sehen wir dann in der nächsten folge hot rein tschau